Hallo und willkommen zurück auf unserem YouTube-Channel. Ich bin die Steffi und bin aktuell in der Ausbildung und ich darf euch heute die Daniela vorstellen. Und zwar machen wir heute eine supergeile Dauerwelle und ich freue mich drauf. Wir sehen uns später. So, ihr dürft euch nicht wundern, weshalb ich heute die Schema-Wickelung anwende. Und zwar wird die einfach in der Prüfung bei uns so verlangt, da ich ja nächsten Monat Zwischenprüfung habe. Und genau, bei uns im Laden verwenden wir diese Wickeltechnik nicht, da sie den Naturwuchs nicht berücksichtigt. Genau, das wollte ich euch nur nochmal gesagt haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. Boah. Boah, das Licht ist ja gerade echt krass. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.